Ja, hallo erstmal. Nee, hallo. Ich weiß gar nicht, ob sie es wussten, aber die Grünen in Niedersachsen wollen ja jetzt den Online-Handel im Internet am Sonntag verbieten. Ja, um den Einzelhandel zu schützen. Ich wusste gar nicht, dass man am Sonntag reinkaufen kann. Oder gut, klar, an der Tanke, Ravioli oder mal ein Kondom oder zwei. Geil. Nee, aber ich meine, im Prinzip finde ich es gut. Also ich würde sogar noch den Montag mit dazunehmen, den Dienstag, den Mittwoch, Donnerstag kann ich eh nicht ab. Nee, da kommt immer meine Schwiegermutter und bringt irgendwie was Eingemachtes vorbei. Hier, meine Schwiegermutter, die sollten sie verbieten. Die schädigt den Einzelhandel. Mit ihrem Backflaumen-Scheiß. Freitag braucht eh kein Mensch. Und ich meine, wenn wir eh schon dabei sind, dann machen wir den Sack zu. Lassen wir auf Fünfe gerade sein. Und packen den Samstag auch noch mit drauf. Oder man schafft direkt das ganze Internet ab. Oder die Grünen. Aber da arbeiten sie ja selber auch schon kräftig dran. Haha.